Drei Jahre waren vergangen und Effi bewohnte seit fast ebenso langer Zeit eine kleine Wohnung in der Königgräzer Straße zwischen Askanischem Platz und Hallischem Tor. Ein Vorder- und Hinterzimmer und hinter diesem die Küche mit Mädchengelas, alles so durchschnittsmäßig und alltäglich wie nur möglich. Und doch war es eine apart-hübsche Wohnung, die jedem, der sie sah, angenehm auffiel, am meisten vielleicht im alten Geheimrat Rumschüttel, der dann und wann vorsprechend der armen jungen Frau nicht bloß die nun weit zurückliegende Rheumatismus- und Neuralgie-Komödie, sondern auch alles, was seitdem sonst noch vorgekommen war, längst verziehen hatte. Wenn es für ihn der Verzeihung überhaupt bedurfte, den Rumschüttel kannte noch ganz anderes. Er war jetzt ausgangs siebzig, aber wenn Effi, die seit einiger Zeit ziemlich viel kränkelte, ihn brieflich um seinen Besuch bat, so war er am anderen Vormittag auch da und wollte von Entschuldigungen, dass es so hoch sei, nichts wissen, nur keine Entschuldigungen. Meine liebe, gnädigste Frau, denn erstens ist es mein Metier und zweitens bin ich glücklich und beinahe stolz, die drei Treppen so gut noch steigen zu können. Wenn ich nicht fürchten müsste, sie zu belästigen, denn ich komme doch schließlich als Arzt und nicht als Naturfreund und Landschaftsschwärmer, so käme ich wohl noch öfter bloß, um sie zu sehen und mich hier etliche Minuten an ihr Hinterfenster zu setzen. Ich glaube, Sie würdigen den Ausblick nicht genug. Oh, doch, doch, sagte Effi. Die Rumschüttel aber ließ sich nicht stören und fuhr fort. Bitte, meine gnädigste Frau, treten Sie heran. Nur für einen Augenblick. Oder erlauben Sie mir, dass ich Sie bis an das Fenster führe. Wieder ganz herrlich heute. Sehen Sie doch nur die verschiedenen Bahndämme. Drei in ein Vier. Und wie es beständig darauf hin und her gleitet. Und nun verschwindet der Zug da wieder hinter einer Baumgruppe. Wirklich herrlich. Und wie die Sonne den weißen Rauch durchleuchtet, wäre der Matthäi-Kirchhof nicht unmittelbar dahinter. So wär's ideal. Ich sehe gern Kirchhöfe. Ja, Sie dürfen das sagen. Aber unser eins? Unser einem kommt unabweislich immer die Frage, könnten hier nicht vielleicht einige weniger liegen? Im Übrigen, meine gnädigste Frau, bin ich mit Ihnen zufrieden. Und beklage nur, dass Sie von Ems nichts wissen wollen. Ems, bei Ihren katerralischen Affektionen, würde Wunder, Effi schwieg, Ems würde Wunder tun. Aber da Sie es nicht mögen, und ich finde mich darin zurecht, so trinken Sie den Brunnen hier. In drei Minuten sind Sie im Prinz-Albrechtschen-Garten. Und wenn auch die Musik und die Toiletten und all die Zerstreuungen einer regelrechten Brunnenpromenade fehlen, der Brunnen selbst ist doch die Hauptsache. Effi war einverstanden, und Rumschüttel nahm Hut und Stock. Aber er trat noch einmal an das Fenster heran. Ich höre von einer Terrassierung des Kreuzbergs sprechen. Gott segne die Stadtverwaltung. Und wenn dann erst die kahle Stelle da hinten mehr in grün stehen wird, eine reizende Wohnung. Ich könnte Sie fast beneiden. Und was ich schon längst einmal sagen wollte, meine gnädige Frau, Sie schreiben mir immer einen so liebenswürdigen Brief. Nun, wer freute sich dessen nicht? Aber es ist doch jedes Mal eine Mühe. Schicken Sie mir doch einfach Roswitha. Effi dankte ihm. Und so schieden Sie. Schicken Sie mir doch einfach Roswitha. Roswitha, hatte Rumschüttel gesagt. Ja, war denn Roswitha bei Effi? War sie denn statt in der Kait in der Königgräzer Straße? Gewiss war sie es, und zwar sehr lange schon. Gerade so lange, wie Effi selbst in der Königgräzer Straße wohnte. Schon drei Tage vor diesem Einzug hatte sich Roswitha bei ihrer lieben, gnädigen Frau sehen lassen. Und das war ein großer Tag für beide gewesen. So sehr, dass dieses Tages hier noch nachträglich gedacht werden muss. Effi hatte damals, als der elterliche Absagebrief aus Hohenkremmen kam und sie mit dem Abendzuge von Ems nach Berlin zurückreiste, nicht gleich eine selbstständige Wohnung genommen, sondern es mit einem Unterkommen in einem Pensionate versucht. Es war ihr damit auch leidlich geglückt, die beiden Damen, die dem Pensionat vorstanden, waren gebildet und voll Rücksicht und hatten es längst verlernt, neugierig zu sein. Es kam da so vieles zusammen, dass ein Eindringenwollen in die Geheimnisse jedes Einzelnen viel zu umständlich gewesen wäre. Dergleichen hinderte nur den Geschäftsgang. Effi, die die mit den Augen angestellten Kreuzverhöre, der Zwicker noch in Erinnerung hatte, fühlte sich denn auch von dieser Zurückhaltung der Pensionsdamen sehr angenehm berührt. Als aber 14 Tage vorüber waren, empfand sie doch deutlich, dass die hier herrschende Gesamtatmosphäre, die physische wie die moralische, nicht wohl ertragbar für sie sei. Bei Tisch waren sie zumeist zu sieben, und zwar außer Effi und der einen Pensionsvorsteherin, die andere leitete draußen das Wirtschaftliche, zwei die Hochschule besuchende Engländerinnen, eine adelige Dame aus Sachsen, eine sehr hübsche galizische Jüdin, von der niemand wusste, was sie eigentlich vorhatte, und eine Kantorstochter aus Polzin in Pommern, die Malerin werden wollte. Das war eine schlimme Zusammensetzung. Und die gegenseitigen Überheblichkeiten, bei denen die Engländerinnen merkwürdigerweise nicht absolut oben anstanden, sondern mit der vom höchsten Malergefühl erfüllten Polzinerin um die Palme rangen, waren unerquicklich. Dennoch wäre Effi, die sich passiv verhielt, über den Druck, den diese geistige Atmosphäre übte, hinweggekommen, wenn nicht rein physisch und äußerlich die sich hinzugesellende Pensionsluft gewesen wäre. Woraus sich diese eigentlich zusammensetzte, war vielleicht überhaupt unerforschlich, aber dass sie der empfindlichen Effi den Atem raubte, war nur zu gewiss. Und so sah sie sich aus diesem äußerlichen Grunde sehr bald schon zur Aus- und Umschau nach einer anderen Wohnung gezwungen, die sie denn auch in verhältnismäßiger Nähe fand. Es war dies die vorgeschilderte Wohnung in der Königgräzer Straße. Sie sollte dieselbe zu Beginn des Herbstvierteljahres beziehen, hatte das Nötige dazu beschafft, und zählte während der letzten Septembertage die Stunden bis zur Erlösung aus dem Pensionat. An einem dieser letzten Tage, sie hatte sich eine Viertelstunde zuvor aus dem Esszimmer zurückgezogen und gedachte, sich eben auf einem mit einem großblumigen Wollstoff überzogenen Seegrassofa auszuruhen, wurde leise an ihre Tür geklopft. Herein! Das eine Hausmädchen, eine kränklich aussehende Person von Mitte dreißig, die durch beständigen Aufenthalt auf dem Korridor des Pensionats den hier lagernden Dunstkreis überall hin in ihren Falten mitschleppte, trat ein und sagte, die gnädige Frau möchte entschuldigen, aber es wolle sie jemand sprechen. Wer? Eine Frau. Und hat sie ihren Namen genannt? Ja, Roswitha. Und siehe da, kaum dass Effi diesen Namen gehört hatte, so schüttelte sie den Halbschlaf von sich ab und sprang auf und lief auf den Korridor hinaus, um Roswitha bei beiden Händen zu fassen und in ihr Zimmer zu ziehen. Roswitha, du! Ist das eine Freude! Was bringst du? Natürlich was Gutes! Ein so gutes altes Gesicht kann nur was Gutes bringen. Ach, wie glücklich ich bin! Ich könnte dir einen Kuss geben. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch solche Freude haben könnte. Mein gutes altes Herz, wie geht es dir denn? Weißt du noch, wie es damals war, als der Chinese spukte? Das waren glückliche Zeiten. Ich habe damals gedacht, es wären unglückliche, weil ich das Harte des Lebens noch nicht kannte. Seitdem habe ich es kennengelernt. Ach, Spuk ist lange nicht das Schlimmste. Komm, meine gute Roswitha, komm, setze dich zu mir und erzähl mir. Ach, ich habe solche Sehnsucht. Was macht Anni? Roswitha konnte kaum reden und sah sich in dem sonderbaren Zimmer um, dessen grau und verstaubt aussehende Wände in schmale Goldleisten gefasst waren. Endlich aber fand sie sich und sagte, dass der gnädige Herr nun wieder aus Glatz zurück sei. Der alte Kaiser habe gesagt, sechs Wochen in solchem Falle sei gerade genug. Und auf den Tag, wo der gnädige Herr wieder da sein würde, darauf habe sie bloß gewartet wegen Anni, die doch eine Aufsicht haben müsse, denn Johanna sei wohl eine sehr propre Person, aber sie sei doch noch zu hübsch und beschäftige sich noch zu viel mit sich selbst und denke vielleicht, Gott weiß was alles. Aber nun, wo der gnädige Herr wieder aufpassen und in allem nach dem Rechten sehen könne, da habe sie sich's doch antun wollen und mal sehen, wie's der gnädigen Frau gehe. Das ist recht, Roswitha, und habe mal sehen wollen, ob der gnädigen Frau was fehle und ob sie sie vielleicht brauche. Dann wolle sie gleich hierbleiben und beispringen und alles machen und dafür sorgen, dass es der gnädigen Frau wieder gut ginge. Effi hatte sich in die Sofaecke zurückgelehnt und die Augen geschlossen. Aber mit eins richtete sie sich auf und sagte, ja, Roswitha, was du da sagst, das ist ein Gedanke, das ist was, denn du musst wissen, ich bleibe nicht hier in dieser Pension. Ich habe da weiterhin eine Wohnung gemietet und auch Einrichtungen besorgt und in drei Tagen will ich da einziehen. Und wenn ich da mit dir ankäme und zu dir sagen könnte, nein, Roswitha, da nicht, der Schrank muss da hin und der Spiegel da, ja, das wäre was, das sollte mir schon gefallen. Und wenn wir dann müde von all der Plackerei wären, dann sagte ich, nun, Roswitha, gehe da hinüber und hole uns eine Karaffe Spatenbräu. Denn wenn man gearbeitet hat, dann will man doch auch trinken. Und wenn du kannst, so bringen uns auch etwas Gutes aus dem Habsburger Hof mit. Du kannst ja das Geschirr nachher wieder herüberbringen. Ja, Roswitha, wenn ich mir das denke, da wird mir ordentlich leichter ums Herz. Aber ich muss dich doch fragen, hast du dir auch alles überlegt? Von Anni will ich nicht sprechen, an der du doch hängst, ist ja wie dein Eigenkind. Aber trotzdem, für Anni wird schon gesorgt werden und die Johanna hängt ja auch an ihr, also davor nichts. Aber bedenke, wie sich alles verändert hat, wenn du wieder zu mir willst. Ich bin nicht mehr wie damals. Ich habe jetzt eine ganz kleine Wohnung genommen und der Portier wird sich wohl nicht sehr um dich und mich bemühen. Und wir werden eine sehr kleine Wirtschaft haben. Immer das, was wir sonst unser Donnerstagessen nannten, weil da reingemacht wurde, weißt du noch? Und weißt du noch, wie der gute Gießhübler mal dazu kam und sich zu uns setzen musste? Und wie er dann sagte, so was Delikates habe er noch nie gegessen? Du wirst dich noch erinnern. Er war immer so schrecklich artig, denn eigentlich war er doch der einzige Mensch in der Stadt, der von Essen was verstand. Die anderen fanden alles schön. Roswitha freute sich über jedes Wort und sah schon alles in bestem Gange, bis Effi wieder sagte, hast du dir das alles überlegt? Denn du bist doch, ich muss das sagen, wiewohl es meine eigene Wirtschaft war, du bist doch nun durch viele Jahre hin verwöhnt und es kam nie darauf an, wir hatten es nicht nötig, sparsam zu sein, aber jetzt muss ich sparsam sein, denn ich bin arm und habe nur, was man mir gibt. Du weißt, von hohen Kremmen her, meine Eltern sind sehr gut gegen mich, soweit sie es können, aber sie sind nicht reich. Und nun sage, was meinst du? Dass ich nächsten Sonnabend mit meinem Koffer anziehe, nicht am Abend, sondern gleich am Morgen und dass ich da bin, wenn das Einrichten losgeht, denn ich kann doch ganz anders zufassen wie die gnädige Frau. Sag das nicht, Roswitha, ich kann es auch. Wenn man muss, kann man alles. Und dann, gnädige Frau, Sie brauchen sich wegen meiner nicht zu fürchten, als ob ich mal denken könnte, für Roswitha ist das nicht gut genug. Für Roswitha ist alles gut, was sie mit der gnädigen Frau teilen muss und am liebsten, wenn es was Trauriges ist. Ja, darauf freue ich mich schon ordentlich. Dann sollen Sie mal sehen, das verstehe ich. Und wenn ich es nicht verstünde, dann wollte ich es schon lernen, denn gnädige Frau, das habe ich nicht vergessen, als ich da auf dem Kirchhof saß, Mutterwind allein, und bei mir dachte, nun wäre es doch wohl das Beste, ich lege da gleich mit in der Reihe. Wer kam da? Wer hat mich da bei Leben erhalten? Ach, ich habe so viel durchzumachen gehabt, als mein Vater damals mit der glühenden Stange auf mich loskam. Ich weiß schon, Roswitha, ja, das war schlimm genug, aber als ich da auf dem Kirchhof saß, so ganz arm und verlassen, das war doch noch schlimmer. Und da kam die gnädige Frau. Und ich will nicht selig werden, wenn ich das vergesse. Und dabei stand sie auf und ging aufs Fenster zu. Sehen Sie, gnädige Frau, den müssen Sie doch auch noch sehen. Und nun trat auch Effi heran. Drüben, auf der anderen Seite der Straße, saß Rollo und sah nach den Fenstern der Pension hinauf. Wenige Tage danach bezog Effi von Roswitha unterstützt ihre Wohnung in der Königgräzer Straße. Darin ist ihr von Anfang an gefiel. Umgang fehlte freilich. Aber sie hatte während ihrer Pensionstage von dem Verkehr mit Menschen so wenig Erfreuliches gehabt, dass ihr das Alleinsein nicht schwer fiel, wenigstens anfänglich nicht. Mit Roswitha ließ sich allerdings kein ästhetisches Gespräch führen. Auch nicht mal sprechen über das, was in der Zeitung stand. Aber wenn es einfach menschliche Dinge betraf und Effi mit einem »Ach, Roswitha, mich ängstigt es wieder« ihren Satz begann, dann wusste die treue Seele jedes Mal gut zu antworten und hatte immer Trost und meist auch Rat. Bis Weihnachten ging es vorzüglich, aber der Heiligabend verlief schon recht traurig. Und als das neue Jahr herankam, begann Effi ganz schwermütig zu werden. Es war nicht kalt, nur grau und regnerisch. Und wenn die Tage kurz waren, so waren die Abende, desto länger. Was tun? Sie las, sie stickte, sie legte Passions, sie spielte Chopin. Aber diese Noturnos waren auch nicht angetan, viel Licht in ihr Leben zu tragen. Und wenn Roswitha mit dem Teebrett kam und außer dem Teezeug auch noch zwei Tellerchen mit einem Ei und einem in kleine Scheiben geschnittenen Wiener Schnitzel auf den Tisch setzte, sagte Effi, während sie das Pianino schloß, »Rücke heran, Roswitha, leiste mir Gesellschaft.« Roswitha kam denn auch. »Ich weiß schon, die NiedeV haben wieder zu viel gespielt. Dann sehen sie immer so aus und haben rote Flecke. Der Geheimrat hat es doch verboten.« »Ach, Roswitha, der Geheimrat hat leicht verbieten und du hast es auch leicht, all das nachzusprechen. Aber was soll ich denn machen? Ich kann doch nicht den ganzen Tag am Fenster sitzen und nach der Christuskirche hinübersehen. Sonntags beim Abendgottesdienst, wenn die Fenster erleuchtet sind, sehe ich ja immer hinüber. Aber es hilft mir auch nichts. Mir wird dann immer noch schwerer ums Herz.« »Ja, NiedeVa, dann sollten Sie mal hineingehen. Einmal waren Sie ja schon drüben. Oh, schon öfters. Aber ich habe nicht viel davon gehabt. Er predigt ganz gut und ist ein sehr kluger Mann. Und ich wäre froh, wenn ich das Hundertste davon wüsste. Aber es ist doch alles bloß, wie wenn ich ein Buch lese. Und wenn er dann so laut spricht und herumficht und seine schwarzen Locken schüttelt, dann bin ich aus meiner Andacht heraus. »Heraus?« Effi lachte. »Du meinst, ich war noch gar nicht drin. Und es wird wohl so sein. Aber an wem liegt das? Das liegt doch nicht an mir. Er spricht immer so viel vom Alten Testament. Und wenn es auch ganz gut ist, es erbaut mich nicht. Überhaupt all das Zuhören, es ist nicht das Rechte. »Sehe, ich müsste so viel zu tun haben, dass ich nicht ein- noch auswüste. Das wäre was für mich. Da gibt es so Vereine, wo junge Mädchen die Wirtschaft lernen oder Nähe schulen oder Kindergärtnerinnen. Hast du nie davon gehört?« »Ja, ich habe mal davon gehört. Annischen sollte mal in einen Kindergarten. Nun siehst du, du weißt es besser als ich. Und in solchen Vereinen, wo man sich nützlich machen kann, da möchte ich eintreten. Aber daran ist gar nicht zu denken. Die Damen nehmen mich nicht an und können es auch nicht. Und das ist das Schrecklichste, dass einem die Welt so zu ist und dass es sich einem sogar verbietet, bei Gutem mit dabei zu sein. Ich kann nicht mal armen Kindern eine Nachhilfestunde geben. Das wäre auch nichts für sie, gnädige Frau. Die Kinder haben immer so fettige Stiefel an und wenn es nasses Wetter ist, dass es dann solch Dunst und Schmuck, das halten die gnädige Frau gar nicht aus. Er viel lächelte. Du wirst wohl recht haben, Roswitha. Aber es ist schlimm, dass du recht hast. Und ich sehe daran, dass ich noch zu viel von dem alten Menschen in mir habe und dass es mir noch zu gut geht. Davon wollte aber Roswitha nichts wissen. Wer so gut ist wie gnädige Frau, dem kann es gar nicht zu gut gehen. Und sie müssen nur nicht immer so was Trauriges spielen. Und mitunter denke ich mir, es wird alles noch wieder gut. Und es wird sich schon was finden. Und es fand sich auch was. Effie, trotz der Kantorstochter aus Polzin, deren Künstler Dünkel ihr immer noch als etwas Schreckliches vorschwebte, wollte Malerin werden. Und wiewohl sie selber darüber lachte, weil sie sich bewusst war, über eine unterste Stufe des Dilettantismus nie hinauskommen zu können, so griff sie doch mit Passion danach, weil sie nun eine Beschäftigung hatte. Noch dazu eine, die, weil still und geräuschlos, ganz nach ihrem Herzen war. Sie meldete sich denn auch bei einem ganz alten Malerprofessor, der in der märkischen Aristokratie sehr bewandert und zugleich so fromm war, dass ihm Effie von Anfang an ans Herz gewachsen erschien. Hier, so gingen wohl seine Gedanken, war eine Seele zu retten. Und so kam er ihr, als ob sie seine Tochter gewesen wäre, mit einer ganz besonderen Liebenswürdigkeit insgegen. Effie war sehr glücklich darüber. Und der Tag ihrer ersten Mahlstunde bezeichnete für sie einen Wendepunkt zum Guten. Ihr armes Leben war nun nicht so arm mehr. Und Roswitha triumphierte, dass sie recht gehabt und sich nun doch etwas gefunden habe. Das ging so Jahr und Tag und darüber hinaus. Aber dass sie nun wieder eine Berührung mit den Menschen hatte, wie sie es beglückte, so ließ es auch wieder den Wunsch in ihr entstehen, dass diese Berührungen sich erneuern und mehren möchten. Sehnsucht nach hohen Kremmen erfasste sie mitunter mit einer wahren Leidenschaft. Und noch leidenschaftlicher sehnte sie sich danach, Anni wiederzusehen. Es war doch ihr Kind. Und wenn sie dem nachhing und sich dabei gleichzeitig der Tripelli erinnerte, die mal gesagt hatte, die Welt sei so klein und in Mittelafrika könne man sicher sein, plötzlich einem alten Bekannten zu begegnen, so war sie mit Recht verwundert, Anni noch nie getroffen zu haben. Aber auch das sollte sich eines Tages ändern. Sie kam aus der Mahlstunde, dicht am Zoologischen Garten, und stieg nahe dem Halteplatz in einen die lange Kurfürstenstraße passierenden Pferdebahnwagen ein. Es war sehr heiß und die herabgelassenen Vorhänge, die bei dem starken Luftzuge der Ging hin und her bauschten, taten ihr Wohl. Sie lehnte sich in die dem Vorderperron zugekehrte Ecke und musterte eben mehrere in eine Glasscheibe eingebrannte Sofas, blau mit Quasten und Puscheln daran, als sie, der Wagen war gerade in einem langsamen Fahren, drei Schulkinder aufspringen, sah die Mappen auf dem Rücken mit kleinen Spitzenhüten, zwei blond und ausgelassen, die dritte dunkel und ernstes war Anni. Effi fuhr heftig zusammen, und eine Begegnung mit dem Kinde zu haben, wonach sie sich doch so lange gesehnt, erfüllte sie jetzt mit einer wahren Todesangst. Was tun? Raschitzschlossen öffnete sie die Tür zu dem Vorderperron, auf dem niemand stand als der Kutscher, und bat diesen, sie bei der nächsten Haltestelle vorn absteigen zu lassen. Ist verboten, Fräulein, sagte der Kutscher. Sie gab ihm aber ein Geldstück und sah ihn so bittend an, dass der gutmütige Mensch anderen Sinnes wurde und vor sich hin sagte, sind soll es eigentlich nicht, aber es wird ja wohl mal gehen. Und als der Wagen hielt, nahm er das Gitter aus und Effi sprang ab. Noch in großer Erregung kam Effi nach Hause. Denk dir, Roswitha, ich hab Anni gesehen. Und nun erzählte sie von der Begegnung in dem Pferdebahnwagen. Roswitha war unzufrieden, dass Mutter und Tochter keine Wiedersehensszene gefeiert hatten und ließ sich nur ungern überzeugen, dass das in Gegenwart so vieler Menschen nicht wohl angegangen sei. Dann musste Effi erzählen, wie Anni ausgesehen habe. Und als sie das mit mütterlichem Stolze getan, sagte Roswitha, ja, sie ist so, halb und halb. Das Hübsche und wenn ich es sagen darf, das Sonderbare, das hat sie von der Mama. Aber das Ernste, das ist ganz der Papa. Und wenn ich mir so alles überlege, ist sie doch wohl mehr wie der gnädige Herr. Gott sei Dank, sagte Effi. Na, gnädige Frau, das ist nur doch auch noch die Frage. Und da wird ja wohl mancher sein, der mehr für die Mama ist. Glaubst du, Roswitha? Ich glaube es nicht. Na, na, ich lasse mir nichts vormachen. Und ich glaube, die gnädige Frau weiß auch ganz gut, wie es eigentlich ist und was die Männer am liebsten haben. Ach, sprich nicht davon, Roswitha. Damit brach das Gespräch ab und wurde auch nicht wieder aufgenommen. Aber Effi, wenn sie es auch vermied, gerade über Annie mit Roswitha zu sprechen, konnte die Begegnung in ihrem Herzen doch nicht verwinden und litt unter der Vorstellung, vor ihrem eigenen Kinde geflohen zu sein. Es quälte sie bis zur Beschämung. Und das Verlangen nach einer Begegnung mit Annie steigerte sich bis zum Krankhaften. An Instetten schreiben und ihn darum bitten, das war nicht möglich. ihrer Schuld war sie sich wohl bewusst. Ja, sie näherte das Gefühl davon mit einer halb leidenschaftlichen Geflissentlichkeit. Aber inmitten ihres Schuldbewusstseins fühlte sie sich andererseits auch von einer gewissen Auflehnung gegen Instetten erfüllt. Sie sagte sich, er hatte Recht und noch einmal und noch einmal. Und zuletzt hatte er doch Unrecht. Alles Geschehene lag so weit zurück. Ein neues Leben hatte begonnen. Er hätte es können verbluten lassen. Stattdessen verblutete der arme Krampas. Nein, an Instetten schreiben, das ging nicht. Aber Annie wollte sie sehen und sprechen und an ihr Herz drücken. Und nachdem sie es tagelang überlegt hatte, stand ihr fest, wie es am besten zu machen sei. Gleich am anderen Vormittag kleidete sie sich sorgfältig in ein dezentes Schwarz und ging auf die Linden zu, sich hier bei der Ministerin melden zu lassen. Sie schickte ihre Karte hinein, auf der nur stand Effie von Instetten, geborene von Priest. Alles andere war fortgelassen, auch die Baronin. Exzellenz lassen bitten. Und Effie folgte dem Diener bis in ein Vorzimmer, wo sie sich niederließ und trotz der Erregung, in der sie sich befand, den Bilderschmuck an den Wänden musterte. Da war zunächst Guido Renis Aurora. Gegenüber aber hingen englische Kupferstiche, stiche nach Benjamin West in der bekannten Aquatinter-Manier von viel Licht und Schatten. Eines der Bilder war König Leer im Unwetter auf der Heide. Effie hatte ihre Musterung kaum beendet, als die Tür des angrenzenden Zimmers sich öffnete und eine große, schlanke Dame von einem sofort für sie einnehmenden Ausdruck auf die Bittstellerin zutrat und ihr die Hand reichte. »Meine liebe, gnädigste Frau«, sagte sie, »Welche Freude für mich, sie wiederzusehen!« Und während sie das sagte, schritt sie auf das Sofa zu und zog Effie, während sie selber Platz nahm, zu sich nieder. Effie war bewegt durch die sich in allem aussprechende Herzensgüte, keine Spur von Überheblichkeit oder Vorwurf, nur menschlich schöne Teilnahme. »Womit kann ich Ihnen dienen?« nahm die Ministerin noch einmal das Wort. Um Effies Mund zuckte es. »Endlich«, sagte sie, »was mich herführt, ist eine Bitte, deren Erfüllung Exzellenz vielleicht möglich machen. Ich habe eine zehnjährige Tochter, die ich seit drei Jahren nicht gesehen habe und gern wiedersehen möchte.« Die Ministerin nahm Effies Hand und sah sie freundlich an. Und wenn ich sage, »in drei Jahren nicht gesehen, so ist das nicht ganz richtig. Vor drei Tagen habe ich sie wieder gesehen. Und nun schilderte Effie mit großer Lebendigkeit die Begegnung, die sie mit Anni geahmt hatte. Vor meinem eigenen Kind auf der Flucht. Ich weiß wohl, man liegt, wie man sich bettet, und ich will nichts ändern in meinem Leben. Wie es ist, so ist es recht. Ich habe es nicht anders gewollt, aber das mit dem Kinde, das ist doch zu hart. Und so habe ich denn den Wunsch, es dann und wann sehen zu dürfen. Nicht heimlich und verstohlen, sondern mit Wissen und Zustimmung aller Beteiligten. Unter Wissen und Zustimmung aller Beteiligten, wiederholte die Ministerin Effies Worte, das heißt also unter Zustimmung ihres Herrn Gemahls. Ich sehe, dass seine Erziehung dahin geht, das Kind von der Mutter fernzuhalten. Ein Verfahren, über das ich mir kein Urteil erlaube. Vielleicht, dass er recht hat. Verzeihen Sie mir diese Bemerkung, gnädige Frau. Effie nickte. Sie finden sich selbst in der Haltung ihres Herrn Gemahls zurecht und verlangen nur, dass einem natürlichen Gefühle, wohl dem schönsten unserer Gefühle, wenigstens wir Frauen werden uns darin finden, sein Recht werde. Treffe ich es darin? In allem. Und so soll ich denn die Erlaubnis zu gelegentlichen Begegnungen erwirken, in Ihrem Hause, wo Sie versuchen können, sich das Herz Ihres Kindes zurückzuerobern? Effie drückte noch einmal Ihre Zustimmung aus, wäre die Ministerin fortfuhr. Ich werde also tun, meine gnädigste Frau, was ich tun kann. Aber wir werden es nicht eben leicht haben. Ihr Herr Gemahl, verzeihen Sie, dass ich ihn nach wie vor so nenne, ist ein Mann, der nicht nach Stimmungen und Laune, sondern nach Grundsätzen handelt. und diese fallen zu lassen oder auch nur momentan aufzugeben, wird ihm hart ankommen. Leg es nicht zu, so wäre seine Handlungs- und Erziehungsweise längst eine andere gewesen. Das, was hart für Ihr Herz ist, hält er für richtig. Zu meinen Exzellenz vielleicht, es wäre besser, meine Bitte zurückzunehmen? Doch nicht. Ich wollte nur das Tun Ihres Herrn Gemahls erklären, um nicht zu sagen rechtfertigen, und wollte zugleich die Schwierigkeiten andeuten, auf die wir aller Wahrscheinlichkeit nach stoßen werden. Aber ich denke, wir zwingen es trotzdem. Denn wir Frauen, wenn wir es klug einleiten und den Bogen nicht überspannen, wissen mancherlei durchzusetzen. Zudem gehört Ihr Herr Gemahl zu meinen besonderen Verehrern, und er wird mir eine Bitte, die ich an ihn richte, nicht wohl abschlagen. Wir haben morgen einen kleinen Zirkel, auf dem ich ihn sehe, und übermorgen früh haben Sie ein paar Zeilen von mir, die Ihnen sagen werden, ob ich's klug, das heißt glücklich, eingeleitet oder nicht. Ich denke, wir siegen in der Sache, und Sie werden Ihr Kind wiedersehen und sich seiner freuen. Es soll ein sehr schönes Mädchen sein, nicht zu verwundern.